Hi Leute! Ich habe gerade eben schon ein Video für euch abgedreht, ein First Impression Video. Ich weiß nicht ganz, ob ich das zuerst online mache oder das, was ich jetzt filme, was nämlich ein Aufgebraucht-Video ist. Ein definitiv XSL Aufgebraucht, weil ich habe jetzt schon, ich glaube, das ist schon einige Monate her, wo ich ein Aufgebraucht-Video gedreht habe. Und hier sind sehr, sehr viele Produkte. Ich habe hier nicht mal alles reingeschmissen, was ich aufgebraucht habe, weil es so, so viel ist. Und ja, bevor das Video zehn Jahre dauert, fangen wir gleich sofort an. Ich würde sagen, fangen wir mal zuerst mit Haarprodukten an. Meine Lieblingsspülung oder einer meiner Lieblingsspülungen, die Balea Spülung Intensivpflege, das ist hier mit Vanilleduft und Mandelöl. Ich habe hier vier Stück. Ich vermute mal, ich habe noch mehr aufgebraucht. So sieht übrigens die neue Verpackung aus und so die alte. Also die haben sie ein kleines bisschen geändert. Mir ist es völlig egal, ist immer noch dieselbe. Sie ist halt günstig, macht was sie soll. Sie macht die Haare weich. Man kann sie gut mit Directions mischen. Deswegen, ja, ich zeige sie immer wieder, weil ich sie wirklich sehr gut finde für den Preis. Und eine Spülung muss für mich nicht viel machen, außer die Haare wieder glatt machen. Das war's. Also was heißt glatt, weicher machen. Ihr wisst schon, was ich meine. Deswegen, ich finde die gut. Dann, ich hatte ja, bevor ich jetzt wieder zu meinem Türkis-Grün übergegangen bin, hatte ich ja eine Weile pinke Haare, pink-lila und so weiter in die Richtung. Und ich musste natürlich, um wieder zu diesem Grün zu kommen, meine Haare oder die Haarfarbe rauswaschen. Dafür habe ich natürlich einmal wie immer das Tiefenreinigungshampoo von Balea benutzt. Ich finde, das funktioniert dafür sehr, sehr gut. Ich habe überhaupt gar keine Probleme, dass es meine Haare völlig schrottet oder sonstiges. Man muss natürlich gut Pflege reinstecken, wenn man mit Tiefenreinigungshampoo so oft wäscht. Aber wenn man das tut, dann ist das für meine Haare zumindest in Ordnung. Aber ich würde aufpassen, wenn ihr sehr, sehr empfindliche Haare habt, wenn ihr irgendwie alle zwei Tage mit Reinigungshampoo wascht, um die Haarfarbe rauszubekommen, ist es einfach austrocknend für die Haare. Fuck. Deswegen immer schön cool benutzen und so weiter und so fort. Aber ich finde die gut. Die sind günstig und machen ihren Job. Ich weiß gar nicht jetzt, was die neue Verpackung ist, ob die oder die. Eine davon ist alt, eine davon ist neu. Ich wette mit euch, ich habe auch mehr als die zwei Packungen aufgebraucht bei meinem Auswaschvorhaben. Das ist immer super, super nervig, wenn man die Directionsfarbe raushaben will und dann eine ganz andere machen will. Aber naja, ich bin zufrieden, dass ich wieder jetzt mein Türkisgrün habe und da werde ich jetzt eine ganze, ganze Weile bleiben. Ich hätte es nur am liebsten so hell wie das hier, so ungefähr. So ein helles Mintgrün, aber das ist halt nicht ganz so einfach. Deswegen, ja, kann ich empfehlen, wenn ihr Directions rauswaschen wollt oder Silikone aus den Haaren rausbekommen wollt, halt einfach ein Reinigungsschampoo, um wirklich die Haare richtig quietsche, quietsche, sauber zu machen. Das hier hatte ich einfach auch mal ausprobiert, ob sich hier damit gut Directions rauswaschen lassen. Äh, fand ich jetzt nicht so. Also da finde ich das Reinigungsschampoo besser. Und zwar ist das Balea Professional Tonerde Shampoo für fettigen Ansatz und trockene Spitzen. Ich weiß immer nicht, wie ein Shampoo beides hinkriegen soll. Also wenn ich jetzt einen fettigen Ansatz habe und trockene Spitzen, wie soll das Shampoo das hinkriegen, dass meine Spitzen nicht noch trockener werden, aber meine Kopf... Wobei ich immer sage, wenn man eine schnell fettende Kopfhaut hat, braucht man nicht unbedingt ein aggressives Shampoo. Ich habe auch eine relativ schnell fettende Kopfhaut, wobei ich Gott sei Dank meine Kopfhaut schon ein bisschen trainiert habe, dass es nicht mehr ganz so schlimm ist. Und ich benutze mega, mega milde Shampoos oder mache sogar No Poo. Also das heißt nur mit Spülung waschen. Deshalb, ja, ich fand es sowieso nicht gut. Also ich fand es als Shampoo auch nicht besonders toll und Directions hat es auch nicht irgendwie besser rausgewaschen als das Reinigungsschampoo. Deswegen, ich würde es nicht nachkaufen. Dann das Visopar Silver Shampoo, also gegen Gelbstich und so weiter und so fort. Benutze ich sehr, sehr gerne, wenn ich lila Haare habe zum Beispiel, dass das Lila einfach länger hält und sich dann auch gräulich rauswäscht und nicht irgendwie eine andere Farbe bekommt. Oder wenn ich meine Haare, also meinen Ansatz blondiere, wasche ich damit auch, um den Gelbstich ein kleines bisschen rauszubekommen. Aber, ja, wenn man einen Gelbstich im Haar hat, macht es das auf jeden Fall hier sehr, sehr gut. Weil ich finde, hier ist wirklich schön viel lilanes Pigment drin und deswegen funktioniert das tatsächlich sehr, sehr gut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Ansatz blondiere und das dann ein kleines bisschen einwirken lasse und auch ein bisschen mehr davon benutze, sehe ich definitiv einen kleinen Unterschied. Natürlich, wenn man jetzt wirklich blonde Haare hat und den Gelbstich auf Dauer weg haben möchte, muss man das natürlich regelmäßig benutzen. Was ich nicht tue, weil ich muss den Gelbstich nicht voll ins Weg machen, wenn ich sowieso grüne Haare habe. Ihr wisst ja, grün ist ja eine Mischung zwischen blau und gelb, deshalb ist das nicht so schlimm, wenn meine Haare leicht gelblich sind nach der Blondierung. Nichtsdestotrotz, ich finde es gut, weil viel lilanes Pigment drin ist. Dann einmal von Altera das Koffein Shampoo. Die haben jetzt auch eine neue Verpackung. Also sind nahezu genau gleich aus, nur dass sie ein bisschen schlanker und dafür höher ist, die Verpackung von diesem Shampoo. Ich habe da auch mehr als eins aufgebraucht, das ist nämlich das Shampoo, was ich benutze zu meiner normalen Haarwäsche. Im Moment mache ich das so, dass ich hauptsächlich dieses Koffein Shampoo benutze und nur ab und zu mit Spülung wasche. Aber ich möchte wieder dahin, dass ich so zweimal hintereinander, also ich wasche ja nur einmal die Woche die Haare, dass ich zweimal hintereinander nur mit Spülung wasche und dann einmal mit Shampoo und so weiter und so fort. Im Moment bin ich sehr, sehr zufrieden damit, dass es bei weitem nicht so harsch wie die Shampoos, wo Sodium Laureth oder Lauryl Sulfate drin sind. Hier sind Sodium Kokosulfate drin und ich finde, man merkt das auch. Erstens mal waschen die nicht so viel, also wäscht das hier, eigentlich alle Altera Shampoos, aber speziell das hier, wäscht nicht so viel die Haarfarbe raus, sondern nur wirklich ein bisschen. Also im Vergleich, wenn ich jetzt ein normales Shampoo von Balea oder sonst was benutze, zieht das richtig viel Farbe raus. Und hier ist es nur minimal, was ich sehr, sehr gut finde. Und es reinigt die Haare trotzdem komplett sauber. Ich habe nicht das Gefühl, dass die noch schmutzig sind, fettig oder sonstiges. Ich kann das sehr, sehr empfehlen. Ach und übrigens auch trotz dessen, dass das natürlich keine Sodium Laureth Sulfate oder so enthält, schäumt es ganz gut. Nicht so stark wie jetzt die normalen Shampoos, aber es schäumt und ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas vergesse und es lässt sich gut verteilen. Deswegen schon nachgekauft und kaufe ich auch immer wieder nach. Genauso wie die Feuchtigkeitsspülung von Altera. Das ist ja meine perfekte Spülung fürs Haarwaschen. Oder auch Spülung, als Spülung ist es auch sehr gut und auch zum Directions mischen. Also für mich ein absoluter Allrounder, zeige ich immer wieder, kaufe ich immer wieder nach, weil es super ist. Dann, wenn wir schon über Directions reden. Ich habe vier Töpfchen Carnation Pink aufgebraucht, als ich halt noch Pink hatte. Plus noch Flamingo Pink, da habe ich auch mindestens zwei, drei Töpfchen aufgebraucht. Ich habe halt Haare bis zum Hintern. Ich mische das, war schon sehr mit Spülung. Aber wenn ich natürlich ein bisschen kräftigere Farbe nehme, dann brauche ich halt einfach mehr bei meiner Länge. Wenn ich nur die Farbe benutzen würde, also pur, ohne das zu mischen, dann würde ich pleite gehen. Also von daher, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt nachgetönt habe, das Pink mit diesen Farben. Aber das war schon ein paar Mal. Weil Pink wäscht sich bei mir zumindest viel, viel stärker raus, als das Grün hier. Oder Türkisgrün, wie auch immer. Ja, deshalb. Erstmal wird nicht mehr Pink gemacht. Ich werde jetzt, glaube ich, lange wieder bei der Haarfarbe bleiben. Das ist einfach meine Haarfarbe. Das hier ist irgendwie meine natürliche Haarfarbe. Dann einmal Violet aufgebraucht, als ich so ein bisschen Lila mit in dem Pink drin hatte. Und Lila und dann Pink. Ich hatte ja schon verschiedene Haarfarben. Auf jeden Fall mag ich Violet sehr gerne. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Lila und sehr, sehr empfehlenswert, meiner Meinung nach. Aber bloß nicht blondieren. Also blondiert Violet nicht aus, weil dann werdet ihr grün. Deswegen schön auswaschen. Ich finde, beim Auswaschen wäscht es sich auch nicht grün aus. Sondern es wird dann wirklich immer heller, immer heller und dann irgendwann so gräulicher. Aber wenn man es irgendwie ausblondiert, wird es grün. Deswegen würde ich das vermeiden bei Violet. Und dann zwei Blautöne. Ich mische ja diese Haarfarbe meistens mit Apple Green oder Alpine Green und Turquoise oder irgendeinem Blauton. Zum Beispiel Lagun Blue nehme ich meistens nicht, wie hier. Hier habe ich nämlich einmal Lagun Blue, sondern ich nehme, wenn... Atlantic Blue mischt das halt. Also das ist halt so ein Blau-Grün-Egypt einfach. Turquoise, Atlantic... Nein. Lagun Blue. Ich habe, glaube ich, Lagun Blue benutzt, um so Strähnchen reinzumachen. Und Turquoise, wie gesagt, zum Mischen mit Apple Green, um halt meine Haarfarbe hinzubekommen. Dann kommen wir zur Haarpflege. Ich benutze ja nicht viele verschiedene Produkte zur Haarpflege. Nur ein paar, wo ich weiß, die funktionieren für mich sehr, sehr gut. Und das ist einmal Kokosnussöl, nativ zum Braten, Kochen und Backen oder für die Haare. Das ist hier von DM, aber ich nehme manchmal das von DM, manchmal das von Rossmann, wo ich halt gerade bin. Ich mache das so, dass ich sehr, 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 sehr viel Kokosöl in meine kompletten Haare mache. Ansatz bis in die Längen. Lasse das so zwei, drei Stunden, solange ich möchte, einwirken. Und dann wasche ich die Haare ganz normal aus. Das, finde ich, ist die beste Kur, die man so machen kann, für meine Haare zumindest. Danach sind die super, super weich, richtig geschmeidig. Sie fühlen sich überhaupt nicht trocken an. Ich liebe das einfach, deswegen auch schon nachgekauft. Dann ein wirklich mega Flop-Produkt für mich. Das ist einmal hier von CD, das Feuchtigkeit, die Feuchtigkeit und Glanz Sprühkur. Für trockenes und strapaziertes Haar spendet Feuchtigkeit, ohne zu beschweren. Solche auch so ein bisschen Hitzeschutz drin haben. 0% Mineralöle, Silikone, Parabene, Farbstoffe, tierische Inhaltsstoffe. Das ist ja alles super. Nur hat das für meine Haare nichts gemacht. Es hat die Haare nicht irgendwie sonderlich gepflegt. Es hat meine Haare nicht leicht erkennbar gemacht. Also absolut überhaupt nichts. Also keinerlei positive Wirkung. Auch keine schlechte Wirkung habe ich jetzt gehabt. Aber keine positive. Und deswegen denke ich mir, warum soll ich das benutzen? Meine Haare föhne ich sowieso nicht. Also ich benutze gar keine Hitze auf meinen Haaren. Nur im äußersten Notfall, wenn ich es halt eilig habe und die Haare halt föhnen muss. Aber ansonsten benutze ich keine Hitze. Deswegen brauche ich das nicht. Weil hier ist Hitzeschutz drin, bin ich der Meinung. Aber nur für... Hilft das Haar vor Hitze zu schützen. Also ich denke wahrscheinlich eher nur fürs Föhnen. Nicht für Glätteisen oder Lockenstab oder so. Denke ich. Hier ist auch nur ein Föhn drauf. Ist jetzt so meine Theorie. Würde ich trotzdem nicht nachkaufen, weil es mir einfach nichts gebracht hat. Das wiederum hat mir sehr viel gebracht. Habe ich auch schon nachgekauft. Finde ich super das Zeug. Und zwar ist das von Garnier, die Hair Food 3 in 1 Maske. Mixtur aus Inhaltsstoffen, natürlichen Ursprungs und Wasser. 98%. Auf jeden Fall hier ist auch keinerlei Silikone drin oder sonstigen Mist. Ich habe hier die Banana Hair Food. Es gibt glaube ich drei verschiedene. Mit Papaya und was weiß ich nicht. Diese hier soll sein für trockenes Haar. Ich finde die toll. Erstens, man kann sie als Maske verwenden. Also ganz normal halt wie eine Kur auftragen, einwirken lassen. Man kann sie auch als Spülung verwenden. Also ein bisschen in die Längen geben, sofort ausspülen. Funktioniert auch. Und was ich auch gut finde, man kann sie auch nach dem Duschen in die Haare machen. Also nach dem Haare waschen. Wenn man halt haartuch trockenes Haar hat. Oder auch trockenes Haar. Habe beides ausprobiert. Eine ganz ganz kleine Menge in die Haare machen. Funktioniert auch super gut. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es meine Haare pflegt. Es fühlt sich schön an. Es riecht sehr angenehm. Also ich bin sehr begeistert. Ich habe mir die schon nachgekauft und finde die wirklich gut. Vor allen Dingen, tatsächlich braucht man rein theoretisch nur das, wenn man möchte. Man kann das als Spülung benutzen, als Kur. Aber als Leaf-In-Spülung, wie auch immer als Leaf-In-Kur. Mag ich gerne. Ich glaube, ich werde vielleicht die anderen mit Papaya oder was das da ist auch mal ausprobieren. Kann ich sehr empfehlen. Also nichts zu meckern. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das letzte Haarprodukte, meine ich, ist von Balea die Oil Repair Intensiv Express Kur. Soforthilfe für extrem strapaziertes Haar. Extra Portion Pflege ohne Silikone. Leider bin ich der Meinung, ist das jetzt mit Silikone. Deswegen kaufe ich das nicht nach. Wenn es weiterhin ohne Silikone wäre, würde ich es auch immer mal wieder nachkaufen. Weil ich finde tatsächlich, dass das hinterher die Haare sich einfach durchfeuchtet anfühlen. Schön glatt, geschmeidig. Sie glänzen schön. Deswegen mochte ich das sehr gerne. Aber ich bin der Meinung, sie haben das geändert und haben Silikone reingemacht. Warum auch immer. Weil so hat es doch auch gut funktioniert. Deshalb, ja, würde ich es mir nicht mehr weiterkaufen. Nachkaufen. Ihr wisst schon, was ich meine. Dann hier ein Tarte von Yankee Candle. Also eine Duftkerze. Das ist nur stellvertretend. Ich habe mehrere von denen aufgebraucht. Und zwar Christmas Cookie. Der beste Duft ever. Das ist der schönste Duft, der jemals existiert hat. So in etwa. Oh, ich liebe diesen Duft. Ich habe mich jetzt gerade angehört wie eine Ziege. Ich liebe diesen Duft. Naja, jedenfalls. Ich finde den wirklich ganz, ganz toll. Das ist wie Vanillekipfel. Ach, es riecht so gut. Es riecht so gut. Einfach wie Christmas Cookie. Der Name ist Programm. Riecht zauberhaft. Der Tarte. Also ich mache immer ein Viertel nur rein in meine Duftlampe. Und mache das dann zwei, dreimal an. So stark ist der Duft und so gut riecht das. Ich habe auch schon Kerzen davon gehabt von Yankee Candle. Und ich kaufe mir es jedes Jahr wieder. Weil das mein absoluter Lieblingsduft ist. Leute, wenn ihr so Vanilledüfte mögt. Vanillekeksdüfte. Nächstes Jahr kauft euch den. Ich mache den auch im Sommer an, weil der so toll ist. Außerdem bin ich ein richtiges Weihnachtskind. Und ich bin sowieso mega, mega traurig, dass Weihnachten vorbei ist. Und ich möchte echt, dass das ganze Jahr über Weihnachten ist, wenn ich ehrlich bin. Dann zwei Deos habe ich aufgebraucht. Einmal, wie immer, brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Das CD-Frische Deo hier mit Granatapfel habe ich schon nachgekauft. Ich weiß nicht, ob ich Granatapfel nachgekauft habe, aber irgendein von den Düften ist Alkohol drin. Sollte man wissen, aber keine Aluminiumsalze. Mich schützt das den ganzen Tag über vor Gerüchen. Ich schwitze natürlich trotzdem, weil es halt eben ein Deo ist und kein Antitranspirant. Aber ich finde es super. Kaufe ich immer wieder nach. Man muss nur vorsichtig sein nach dem Rasieren, weil Alkohol. Aber ihr wisst Bescheid. Das hier, das bin ich meiner Meinung nach ein Antitranspirant. Genau, hier ist kein Alkohol drin. Ich hatte das irgendwo geschenkt gekriegt oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe es mir nicht selbst gekauft. Das weiß ich noch. Ich weiß aber nicht, woher ich es habe, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte das ziemlich lange bei mir rumstehen, bis ich es dann mal verwendet habe. Ich bin halt kein Fan von Antitranspiranten, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das Schwitzen hat ja einen Grund. Also der Körper muss schwitzen, um sich abzukühlen und so weiter und so fort. Ich persönlich habe jetzt keine Angst vor den Aluminiumsalzkrebs zu kriegen unbedingt oder sowas. Aber ich schwitze jetzt nicht so stark, dass ich ein Antitranspirant brauche. Mal abgesehen davon finde ich, habe ich trotzdem geschwitzt, wenn ich das hier benutzt habe. Ich mag kein Sprühdeo. Das kommt auch noch dazu. Und vom Geruch her, sehr pudriger Geruch. Ein pudrig-sauberer Geruch. Und ja, ich war nicht gebeistert. Gebeistert! Ich war nicht gebeistert! Ich war nicht begeistert und würde es mir natürlich auch nicht nachkaufen. Ja, schwer zu sagen. Hat aber lang gehalten. Das muss ich sagen. Also ich hatte so das Gefühl, hier steht ja, dass es so compressed ist. Deswegen nicht so eine große Flasche. Und ich dachte, na, vielleicht hält es deswegen doch nicht so lang oder so. Aber es hat wirklich sehr lang gehalten. Das muss ich sagen. Vielleicht lag es aber auch daran, weil ich es nicht so oft benutzt habe. Eine Zahnpasta habe ich aufgebraucht. Die Blendermade 3D White Deluxe. Ne, White Luxe Glamorous White. Ich finde die gut. Die ist nicht zu scharf. Ob sie jetzt weißere Zähne macht, ich mag es zu bezweifeln. Ich habe immer noch gelbe Zähne. Also deswegen, ich vermute mal, das mit dem Weiß machen ist nicht ganz so wirklich korrekt. Aber ich mag sie halt, weil sie nicht scharf ist. Ich habe danach ein schön sauberes Gefühl. Und ich denke, sie macht ihren Job gut. Und ich bin der Meinung, ich habe sie mir auch nachgekauft. Ich weiß jetzt nicht, ob das genau die ist. Aber ich meine, ich habe jetzt wieder eine Blendermade 3D White Luxe. Deshalb, ich mag sie gerne. Dann habe ich ein paar Masken aufgebraucht. Das hier ist keine Maske. Aber mein Mann hat mir zu Weihnachten drei Produkte von Kat Von D gekauft. Unter anderem die Fetish Palette. Der Concealer in der hellsten Farbe. Das ist der erste Concealer, den ich je gekauft habe. Egal ob High End oder Drogerie. Der tatsächlich meine Hautfarbe hat. Der hell genug ist, dass ich den nicht mischen muss. Leute, ihr wisst gar nicht, wie ich mich darüber gefreut habe. Und einer der Dicke mit Lipsticks. Und da war das hier noch als Probe mit dabei. Und das war einer von der Eigenmark von Sephora Charcoal Exfoliating Wipes. Und im Endeffekt sind das halt Peeling-Tücher. Und das war grauenvoll. Bloß nicht kaufen. Bloß nicht kaufen. Ich hatte das Gefühl, als wenn ich mit Sandpapier auf meinem Gesicht rumreibe. Also eine Seite war halt weich. Ganz normal, wie ein normales Kosmetiktuch. Also so ein Abschminktuch. Und auf der anderen Seite waren da so kleine Nupsis mit irgendwelchen Krümelkram drauf, sage ich jetzt mal. Also ich bin wirklich nicht empfindlich. Meine Haut im Gesicht ist nicht empfindlich. Aber selbst ich habe das Gefühl gehabt, ich rubbel mir die erste Hautschicht ab. Meine Epidermis ade. Wir sehen uns in ein paar Tagen wieder oder ein paar Wochen. Also grauenvoll, wirklich. Ich habe das auch bei meinem Mann ausprobiert. Und selbst er sagte, dass das weh tut. Nein, nein, nein. Das ist viel zu aggressiv für die Haut. Würde ich nicht empfehlen. Und ich würde das definitiv auch nicht kaufen. So, dann einmal von Salt House. Totes Meer Premium Maske Meeresalge. Tiefenreinigung für eine feinporige Haut. Mochte ich sehr, sehr gerne. Ich finde, die Haut hat sich danach super gereinigt angefühlt. Sehr, sehr frisch. Sie war aber nicht ausgetrocknet oder sowas. Natürlich kleme ich mich nach so einer Maske immer gut ein. Aber ich mochte die gerne. Würde ich mir auf jeden Fall weiter kaufen. Ich wieder kaufen. Ich weiß auch nicht, was ich da noch zu sagen soll. Weil sie hat halt einfach auch die Haut gut gereinigt. Hat sich schön frisch alles angefühlt, ohne sie auszutrocknen. Mehr kann man zu so einer Reinigungsmaske finde ich auch nicht sagen. Die Kokos Traum Maske. Leider habe ich die nicht mehr bei DM gefunden, wo ich super, super traurig drüber bin. Weil hier steht, das ist eine, DM sag ich schon, Rossmann. Weil hier steht Rossmann Edition von Schäbens. Und die fand ich so toll. Das ist eine Peeling Maske. Also das heißt, da sind so ganz, ganz, ganz feine Peeling Körnchen drin. Und was ich daran so toll finde, diese Peeling Körnchen sind so mega fein. Ich habe noch nie ein Peeling gehabt, was so feine Peeling Körnchen hatte. Und das ist so schön. Man fühlt das kaum. Also nur ganz, ganz leicht fühlt man das, dass die Haut gepielt wird. Und trotzdem peelt sie sehr, sehr gut. Deshalb, ich würde es nachkaufen und einfach als normales Peeling benutzen. Ich finde, man muss die jetzt nicht unbedingt einwirken lassen. Hat, finde ich, jetzt nicht einen unbedingt besseren Effekt, wie als wenn man es gleich abspült. Aber so generell als Peeling fand ich die mega genial, weil diese Peeling Körnchen halt so fein waren. Schade, dass ich die nicht mehr gefunden habe. Ich muss da vielleicht mal beim anderen Rossmann gucken. Vielleicht war bei meinem die nur ausverkauft oder was auch immer. Bei Limited Edition steht ja nicht drauf. Da steht nur exklusiv bei Rossmann. Mal gucken. Aber wenn ihr die findet zum Peelen, kann ich die sehr empfehlen. Dann einmal die Skin Active, also von Garnier, die Skin Active Volcano Mask. Pore Minimizer. Hier steht Vulkangestein und Tonerde. Sichtbare Poren. Und ich hätte mal lesen sollen, was hier hinten drauf steht. Denn hier steht nämlich drauf, dass sie selbstwärmend ist. Und ich hasse alles, was selbstwärmend ist. Ich habe einmal Rückenschmerzen gehabt und mir wurde so eine Wärmecreme auf dem Rücken aufgeschmiert. Ich habe geschrien. Ich hatte das Gefühl, also ich bin nicht empfindlich, wie schon gesagt. Aber in dem Fall hatte ich das Gefühl, meine Rücken steht in Flammen. So grausam war das. Und seitdem habe ich Angst, überhaupt irgendetwas, was selbstwärmend ist, zu benutzen. Habe mich trotzdem getraut. Habe sie benutzt. Und Gott sei Dank war das wirklich nur leicht warm. Trotzdem war es nicht angenehm. Also ich persönlich mag lieber kühlende Produkte und nicht wärmende Produkte. Sag mal, läuft mir die Nase? Wow. Mir lief einfach mal so die Nase. Frechheit. Wenn man ein Septu-Piercing hat, muss man da echt aufpassen. Weil manchmal sammelt sich halt Feuchtigkeit am Septu-Piercing und dann flipp. Deswegen ja. Manchmal merkt man das nicht. Wie auch immer. Auf jeden Fall mag ich dieses Gefühl einfach nicht, wenn es selbstwärmend ist. Es ist nicht heiß, Gott sei Dank gewesen, aber selbstwärmend. Ich habe danach eine schön weiche, gereinigte Haut gehabt. Das war sehr schön. Aber wie gesagt, dieses selbstwärmende Effekt war nicht so meins. Dann die Balea Vital Tuchmaske mit Arganöl, Hyaluronsäure und Pro-Vitamin B5. Hier steht auch reduziert die Faltentiefe. Das ist mal so, ob das wirklich so ist. Aber ich mag die gerne. Ich habe sie schon mehrmals nachgekauft. Die finde ich wirklich ganz, ganz toll, wenn ich richtig viel Feuchtigkeit für meine Haut brauche. Sie fühlt sich danach sehr durchfeuchtet an. Sieht richtig glowy aus. Fühlt sich richtig prall an. Und ja, deswegen kaufe ich die BD immer wieder nach und mag sie gerne. Ich mag allgemein gerne Tuchmasken, die Feuchtigkeit spenden. Und die macht das, finde ich, sehr gut. Das hier war eine Limited Edition und da bin ich so traurig drüber. Ich hätte mir da echt gleich mal mehr von kaufen sollen, weil ich die super, super toll fand. Die Isana Glow Touch Maske mit Arganöl. Oh mein Gott, war meine Haut danach toll. Die war weich, die war richtig glatt. Also fast, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Sie war richtig prall, weich, richtig, richtig glatt. Sie hat tatsächlich so ein Glow hinterlassen. Die war wirklich, wirklich toll. Die Inhaltsstoffe sehen sehr gut aus, zumindest soweit ich mich auskenne. Deswegen sehr, sehr schade, dass das nur Limited Edition war. Ich hätte mir definitiv nachgekauft. Schade. Und die letzte Maske hier ist auch von Salt House. Die Totes Meer Trino Maske Antioxidantien Zellschutz und Regeneration mit Granatapfeextrakt Antioxidationskomplex und Mineralien aus dem Toten Meer. Ist auch eher so eine Maske, die halt ein bisschen Feuchtigkeit spenden soll und die Haut halt regenerieren soll. War nett. Also meine Haut hat sich danach auch gut angefühlt. Ich hatte keine Reaktion noch Sonstiges. War jetzt auch nichts Besonderes. Also ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, über diese anderen Maske, über die ich gerade geredet habe, dass die Haut richtig mega prall war und weich und glatt und dies und jenes. Aber sie hat ihren Job gemacht. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich sie nachkaufen würde, aber schlecht war sie nicht. Dann zwei Reinigungsprodukte. Hier sieht man nichts drauf, weil da einfach immer der Aufkleber abgeht. Aber das Produkt gibt es ja auch nicht mehr. Das war das Reinigungsöl von Rivalde Loop. Und hier sind überall Haare und Fusseln dran. Ich habe noch, glaube ich, zwei, bin ich der Meinung. Ich habe ja damals das ganze Regal leer gekauft, weil ich das so, so gut finde. Und ja, wenn das leer ist, muss ich einfach das von Balea mal probieren. Ich hoffe, dass es auch gut ist. Aber das von Rivalde Loop, was es leider nicht mehr gibt, ist so, so toll. Und warum nehmen die immer die tollen Sachen aus dem Sortiment? Das hier wiederum fand ich nicht ganz so gut. Von Balea das Mietzellenreinigungswasser mit Hamamelis Wasser für Mischhaut und sensible Haut. Es war okay. Es hat Make-up abgenommen. Es hat mein Gesicht gereinigt. Aber ich finde das von Isana, das für sensible Haut, viel, 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 viel besser. Deshalb würde ich mir das persönlich jetzt nicht kaufen, solange das andere noch existiert. Und das von Gallier finde ich auch besser als das von Balea. Deshalb würde ich mir jetzt persönlich nicht nachkaufen. Es war aber auch nicht mega schlecht. Dann nochmal ein Pflegeprodukt. Natürlich sofort nachgekauft, schon bevor es ganz leer war. Von Rivalde Loop. Jetzt heißt es natürlich Isana. Age Performance Intensiv Serum für sehr reife Haut. Ich habe jetzt keine sehr reife Haut, aber es ist einfach genial. Ich liebe dieses Serum. Für mich das beste Serum, was ich bisher so ausgetestet habe. Das zieht schnell in der Haut ein. Hinterlässt so ein mini, minimal klebriges Gefühl. Aber meistens kriegt man ja noch irgendeine Creme drüber. Tagescreme oder Nachtcreme, was auch immer. Deswegen finde ich das nicht schlimm. Ich mag es einfach. Ich habe einfach das Gefühl, meine Haut wird dadurch gut durchfeuchtet. Wie gesagt, zieht schnell ein. Meine Haut sieht einfach schön aus. Und wenn sie dann auch noch gegen Falten und so weiter schützt, dieses wunderschöne Serum, dann ist alles gut. Ich mag es einfach gerne. Ich weiß nicht, was ich anderes sagen soll, außer dass die Haut danach wirklich Feuchtigkeit durchtränkt ausschaut und es sich angenehm auf der Haut anfühlt. Deshalb ja, schon nachgekauft. Dann zwei Handcremes. Einmal hier diesen Handschaum von Balea in der Sorte Cakepop, was ein Mandelduft ist. Ich habe noch die mit Himbeerduft im Moment im Gebrauch. Und ich mag die echt gerne. Erstaunlicherweise. Ich hatte gedacht, dass die ziemlich schnell leer gehen. Aber bei mir haben sie wirklich lange gehalten. Also der hier, der andere, der ist ja noch nicht leer. Ich finde das irgendwie cool mit dem Schaum und lässt sich einfach schön die Hand eincremen. Es ist aber eher nur eine leichte Pflege. Also wenn ihr jetzt richtig, richtig spröde Hände habt, wie ich im Moment, also meine Hände sind im Moment richtig, richtig schlimm, ist das zu wenig. Aber für jetzt die normale Handpflege ist das wirklich sehr, sehr schön. Und mit dem Schaum ist das schön und der Geruch ist schön. Deswegen, ja, ich würde es mir nachkaufen. Aber wirklich nur, wenn meine Hände normal sind und die einfach nur so ein bisschen Pflege brauchen, nicht wie es jetzt ist, wo sie A-Punkt-Punkt-Punkt-Trocken sind, da muss ich dann doch ein bisschen was Stärkeres nehmen, sag ich mal. Wie zum Beispiel diese Handcreme von der norwegischen Formel Handcreme mit Nordic Berry, aufbauende Pflege, gestärkte glatte Haut Tag für Tag. Ja, die muss ich sagen, ist deutlich mehr Feuchtigkeitsspenden als die eben gerade von Balea. Zieht sehr, sehr schön schnell ein. Ich hatte damit überhaupt keine Probleme, mochte die sehr, sehr gerne und würde sie auch definitiv wieder benutzen. Allerdings habe ich so eine Lieblingshandcreme von Altera mit Granatapfel, die ich noch besser finde, die auch noch besser pflegt. Sie zieht es nur nicht ganz so schnell ein, deswegen weiß ich nicht, ob ich sie nachkaufen würde. Aber solange ich sie hatte, hat sie ihren Job definitiv gut gemacht. Und dann kommen wir zu den Füßen. Einmal von Fußwohl Schrundensalbe mit Glycerin und 25% Urea. Ich habe große Probleme mit rissigen Stellen an der Ferse und allgemein Hornhaut und so weiter, weil ich halt so viel laufe. Also ich bin halt so viel auf den Beinen. Ich sitze so gut wie nie, sondern ich laufe halt sehr, sehr viel in der Wohnung hin und her. Und natürlich draußen, wenn ich mit dem Hund rausgehe oder was auch immer, aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen kriege ich sehr, sehr schnell Hornhaut und rissige Haut und so weiter. Deswegen brauche ich sowas. Und die war gut. Die hat die Haut sehr, sehr schön mit Feuchtigkeit versorgt. Dadurch ist die Hornhaut definitiv um einiges zurückgegangen. Sie war weicher. Sie war nicht mehr so eklig, weißlich. Ihr wisst, was ich meine. Sie sah nicht mehr so trocken aus. Hat sich viel besser angefühlt. Deswegen, die würde ich mir definitiv nachkaufen und kann sie auch wirklich empfehlen, wenn ihr Probleme habt mit so Schrunden an den Füßen und so weiter. Fand ich sehr, sehr gut. Dann musste ich drei meiner Make-Up-Schwimmchen wegschmeißen. Einmal der Real Techniques Contouring Sponge oder sowas. Dann der Miracle Complexion Sponge. Und dann einmal von Nanshi. Der, oh Gott, wie hieß der? Marvel Blender oder sowas. Und ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier ist das komplett weggefressen, sage ich jetzt mal. Hier auch. Und ja, der war ja von Anfang an völlig hinüber. Und das ist alles im Sommer passiert. Weil es so heiß in dieser Bude war und ich die im Sommer nicht benutzt habe, dass die so porös gegangen sind, als ich die dann benutzen wollte und sie nass gemacht habe, sind sie auseinandergefallen. Deswegen ja. Musste ich sie wegschmeißen. Und den hier, den Miracle Complexion Sponge, habe ich mir schon nachgekauft. Das ist einfach einer meiner Lieblinge. Ich würde aber den von Nanshi aber auch nachkaufen, weil ich den auch sehr, sehr gut finde. Nur den hier von Real Techniques, den würde ich nicht nachkaufen, weil der war von Anfang an schon kaputt und ist definitiv auch fester als dieser hier. War nicht mein Favorite. Deswegen, ja, die zwei kann ich empfehlen, den hier eher nicht so. Und wie man daran sieht, wenn ihr eine sehr, sehr warme Wohnung habt, benutzt eure Schwämmchen, damit sie nicht so porös und trocken werden. Dann einmal von Essence das Keep It Perfect Makeup Fixing Spray. Die liebe Lu vom Kanal Unfugrundfunk mag das ja sehr, sehr gerne. Ich mag das leider nicht so gerne, weil ich es nicht mag, dass es so klebrig ist. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich persönlich spüre das auf meinem Gesicht und überall, wo es halt hinkommt, dass das halt so klebrig ist. Das ist der Grund, warum ich es nicht gerne mag. Es macht mein Make-up auch nicht länger haltbar oder so. Es nimmt natürlich das pudrige Finish gut weg. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da deutlich lieber zum Beispiel MAC Fix Plus mag. Kostet natürlich auch um einiges mehr. Aber es ist halt nicht so klebrig und ich merke das halt überhaupt nicht auf meinem Gesicht. Deshalb, es ist okay. Ich persönlich würde es mir aber nicht nachkaufen, weil ich halt dieses klebrige Gefühl nicht mag. Aber wenn euch das nicht stört oder viele merken das ja auch gar nicht, also ich glaube, ich bin eine der wenigen, die das nicht mag. Deshalb, ja, für mich war es eher kein... oder für mich ist es eher kein Nachkaufprodukt. Sagen wir mal so. Und dann zu guter Letzt noch drei Mascaras. Einmal Full Size, zweimal Pröbchen. Fangen wir mal an mit der Full Size. Und das ist die Catrice Glam & Doll False Lashes Mascara Waterproof. Einer meiner absoluten Lieblingsmascaras. Allerdings nicht die False Lashes, sondern die normal. Die dunkelblaue, wasserfeste. Weil das hier ist ja die False Lashes und die andere heißt Glam & Doll Waterproof Mascara oder sowas. Ich fand diese hier auch gut. Allerdings, finde ich, hat sie nicht so gut Schwung gehalten und nicht so gut die Wimpern getrennt, wie eben die dunkelblaue Variante davon. Also die ganz normale, wasserfeste, ohne Full Slashes Effekt. Deshalb, die war okay. Ich fand sie aber bei weitem nicht so gut wie die andere. Und ich habe jetzt die andere, die dunkelblaue, ich jetzt gerade in Benutzung. Und dann zwei Pröbchen. Einmal die Hypnose Doll Eyes Mascara von... Ich meine Yves Saint Laurent. Ne, nein, von Lancome. Von Lancome. Ach ja, dieses Bürstchen, wie ihr seht, ist so konisch. Das ist hier am... An der Basis ist das halt breiter und wird dann immer schmaler nach vorne hin. Das Bürstchen fand ich ganz gut. Ist kein Gummibürstchen, sondern normales. Man konnte damit ganz gut die Mascara auftragen. Allerdings, den Schwung hat sie überhaupt nicht auch nur annähernd gehalten oder sonstiges. Sie hat schön getrennt. Volumen eher so... Sie hat, ich würde sagen, ein sehr schön natürliches Bild gemacht, würde ich sagen. Soweit ich mich zurückerinnere, war es eher so. Sie war nicht mega schlecht. Für die unteren Wimpern fand ich sie am besten. Da fand ich sie wirklich sehr, sehr schön. Weil sie schon getrennt hat und halt ein... Wie soll ich sagen? Ein schönes Bild gemacht hat, was die unteren Wimpern anbelangt. Aber oben, wenn bei mir halt der Schwung nicht hält. Oder wenigstens nicht ein bisschen. Also es muss wenigstens ein bisschen den Schwung halten. Ist das für mich halt ein absolutes No-Go. Und vor allen Dingen Langkuchen. Ich weiß nicht, wie teuer die im Full Size ist. Aber wenn ich so viel Geld für eine Mascara ausgebe, dann muss die alles können. Dann muss sie Hammervolumen haben. Mega lang müssen die Wimpern sein. Dann muss die Schwung mega gut halten. Und sie muss auch generell gut halten. Deshalb, ja, ich würde sie nicht kaufen. Und dann die MAC in Extreme Dimension 3D Black Lash Mascara. Die... Ich mochte, wie sie die Wimpern getrennt hat. Die hat ein Gummibürstchen. So ein richtig spikiges Gummibürstchen. Also die hat wirklich ganz, ganz, ganz viele kleine Gumminoppen. Und wie gesagt, ich mochte, wie sie die Wimpern getrennt hat. Auch hier leider überhaupt kein Schwung für mich. Das ging überhaupt nicht. Sie hat aber, finde ich, schöne Länge gemacht. Die Wimpern gut getrennt. Aber es fehlte mir hier an Volumen. Was ich nicht immer ganz so schlimm finde, weil tatsächlich Länge und Schwung mir am wichtigsten ist. Und Definition. Aber es ist natürlich schön, wenn alles drin ist. Deswegen... Auch hier merke ich es ja auch nicht günstig. Deswegen macht sie mir zu wenig. Wenn ich da gucke, was zum Beispiel die Catrice Glam & Doll Waterproof Mascara macht. Die dunkelblaue Variante, die wirklich meine Wimpern verlängert. Die den Schwung auch etwas hält. Also sogar recht gut, wenn ich mir wirklich Mühe gebe. Und einfach alles macht, was ich mir so wünsche. Da gebe ich nicht so viel Geld für eine MAC Mascara aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sie war okay. Auch hier für den unteren Wimpernkranz besser als für die oberen Wimpern. Aber seien wir mal ehrlich, für den unteren Wimpernkranz muss eine Mascara auch nicht so wahnsinnig viel können. So, das war alles. Wir sind durch. Und ich habe mit dem Mund fusselig geredet. Ich muss jetzt erstmal was trinken, weil ich einen ganz trockenen Mund habe. Aber ja, ich hoffe, das aufgebrauchte Video hat euch gefallen. Und ich konnte euch viele kleine Reviews zu den Produkten also sagen. Und was rede ich denn da eigentlich? Ich hoffe einfach, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Bye!